Hey, Ponys! Hört euch das an! Hey, Pipsqueaks! Hier ist eure Pip. Begrüßt mit mir meine Gäste, Electric Blue! Sie ist wieder da! Siehst du, du hast nur ein bisschen Ruhe gebraucht. Ein wenig Tee, leckere Suppe... ...und gute Gesellschaft. Ja! Ja, ich war vermutlich nicht immer die einfachste Patientin. Ihr alle habt euch so eine Mühe gemacht, mich zu unterhalten, zu beschäftigen... ...und ihr habt mich gesund gemacht. Aber das, was ich wirklich gebraucht habe, war zu wissen, dass meine Freunde für mich da sind. Hätte ich gewusst, dass du nur das brauchst, hätte ich mich nicht so angestrengt. Wir freuen uns, dass es dir gut geht. Aber du musst jetzt zur Main Melody und deinem wichtigen Livestream mit Electric Blue. Ja, du bist spät dran. Wisst ihr was? Ich glaube, es wäre am schönsten, das hier zu tun mit euch Ponys. Dass ich jetzt wieder streamen kann, verdanke ich ja nur euch. Ich glaube, dabei können wir dir...